Alter, der Typ ist sogar vor ihr. What the fuck? Guten Tag, liebe Freunde, und heute werden wir sehen, was Menschen für... 100 Euro machen würden. So, ich würde sagen, wir labern nicht so viel und wir fangen gleich an. Let's fucking go. So, er ist in Las Vegas und die 100 Euro sind auf jeden Fall fake. Also es sind keine echte 100 Euro. Okay, der sieht auf jeden Fall, der sieht ja sowas von echt aus. Das ist geil. Muss ich auch mal machen, ey. Lass mal einen Daumen nach oben da, wenn ich es auch machen soll. Jawohl, er hebt es gleich auf. Gibt es ihm? Wird er es ihm geben? No, er gibt es ihm nicht. Wie er lacht. Sympathischer Junge. Und? Und? Ja. Die sehen auch echt sympathisch aus. Also die, die den aufheben, den 100 Euro Dollarschein. 100 Euro Dollarschein. Was macht die? Sie steht extra drauf. Also den 100 Dollar Schein meine ich natürlich. Alter, der Typ ist sogar vor ihr. What the fuck? Hold on, hold on, I might drive some, I might drive. You see something? Nein, das ist nicht ihr Ernst. Das ist nicht ihr Ernst. Ey, wie der lacht, Freunde. Alter, die wollte es echt einstecken. Stellt euch mal vor, man ist mit dem 100 Dollar Schein an der Kasse und will mit dem bezahlen. Oh, shit. Fuck. I'm at Fat Tuesdays. Okay. You know what, fix that? Let's try it. Oh. Die Mädels. Muss ich sagen, Respekt an euch. Oh my God, thank you. Sie geben es zurück. Thank you very much. Appreciate it. Such honest, ladies. Did they hesitate at all? Okay. Yeah. Wieder ein Mädchen? Wird sie es ihm geben? So. Got him up! Aber sie wollte es ihm geben. Habt ihr es gesehen? See you guys on YouTube. Also sie ist nicht weggerannt oder so. Susan, meet me over there. Oh my God, thank you very much. You guys are really honest people. Also ich merke schon, die Mädels, die geben es meistens immer zurück. Finde ich gut. Unlike all the other Scumbags, who took my money! So yeah, just come meet me at the, uh... Okay. Er sieht es, er hebt es... Auf? Bill, I want to go down there and find her or not. Und? Nein. Nein, er geht jetzt nicht weg, oder? Also das Witzige ist, er sieht ja nicht mal die Kamera. Die läuft ja gerade hinter ihm her. Oder sieht er sie? Nein, er ignoriert sie einfach. Holy shit, man. So as you guys saw, this gentleman clearly saw me drop it and, uh, just took it, just took it, just like... Er nimmt es einfach. Geil. Ein geiler Typ, ey. Nicht. Hm. Yeah. Okay. Alter. Oh, thank you very much. Die ganzen Mädels, die geben es immer zurück, und habt ihr gesehen? Also, okay, nicht alle Mädels, aber... größtenteils. Die Dicke am Anfang, die wollte es einstecken. Aber die? Vor allen Dingen die jungen Mädels. Okay. Putzmann, oder was? Halt dein Maul. Er fegt es ein. Fuh... 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 What? What the fuck? Follow him. Follow him. See what he's doing. Also, die wollen ihm jetzt folgen. Bin ich mal jetzt mal gespannt. Alter. Wie er extra um sich schaut. Habt ihr das gesehen, Freunde? Der Blick. Das war so ein Blick. Ist da jemand? Ist hier... Vielleicht... Irgendjemand? Alter. Wohin läuft der Typ? Und er... Und er... Und er merkt einfach nicht... Die Kamera! Jetzt vielleicht... Jetzt... Wird er es merken? War schon. Und er weiß... Er weiß... Er sah mich drücken. Ich weiß für ein Fakt. Ich weiß für ein Fakt, er sah mich drücken. Ja... Jetzt... Jetzt... Heutiger Hund. So ein Hund. Und er ist... You're so... Did you see me drop it? Sure. His gentleman saw me drop it, ladies and gentlemen. And he still took it. Pretend he didn't know. But I'll see you on YouTube, sir! Wow. Wer merkt das? Wow! Er will es nicht mal zurückgeben Er gibt es einfach nicht zurück Mann, er soll doch einfach mal den Dollar umdrehen Dann sieht er ja, dass er getrollt wurde Bin ich mal gespannt auf seine Reaktion, wenn er es umgedreht Er dreht es nicht um Das ist bestimmt so ein Typ, der merkt es erst Vor der Kasse So, little does that gentleman know, that is a fake hundred dollar bill That's what happens, people lie and look, they get trolled Trolls! Oh Alter, echt unfassbar Die jungen Mädels Jedes junge Mädchen gibt es dem Typen zurück Finde ich schon, ehrlich gesagt, bisschen krass Nein, er nimmt es jetzt nicht mit Nein Hier? 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 Thanks man Hä, ich dachte der Typ hat es aufgehoben Hä? Okay Also ihr seht schon, die Jungs sind ein bisschen radikaler drauf Also die nehmen es gleich mit Die kennt da nichts Ah, er hat es nochmal bei ihm versucht Jetzt hat das Eisgeld eingesteckt Nein Oh 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 What you looking for? I dropped some money I'm right here I don't see anything Er sieht nichts, okay. Alles klar, wir haben es gesehen, Leute. Auf der Kamera ist es drauf. Er will es einfach nicht zurückgeben, Freunde. Peter. Er heißt einfach Peter und ist dunkel. Richtig witzig. Er sieht auch noch so witzig aus. Schaut mal sein Lachen, ey. Heptiger Typ. Ja, Freunde. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, er hat euch unterhalten können oder so weiter. Wenn ich es auch immer machen soll, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.